Moin Leute, hier zurück bei God of War Ragnarok und zwar jetzt machen wir jetzt nicht den Pfad weiter, sondern wir gehen jetzt erstmal nach Muspelheim. Ich will hier noch ein bisschen leveln und so, mal gucken was da abgeht. Der Pfad geht dann weiter, aber ich würde jetzt erstmal nach Muspelheim und da mal ein bisschen rumhacken. Mal schauen, ob ich da irgendwie klarkomme, wenn nicht, auch blöd, aber ich will das einfach mal zeigen. Da kann man hier auch gut leveln. Ich habe natürlich eine andere Sache, da habe ich natürlich auch noch auf hier Ode ins Auge, dann kriege ich mal die Rüstung, die ich gerade aktuell trage. Und hier nach Muspelheim, das müsste eigentlich ganz gut klappen. Aber wir lassen nochmal hin und noch ein bisschen leveln. Alles nur Geschichten, damit wir nicht hinterfragen, wie lange er sich in der Kammer einsperrte. Er zählte darauf, dass wir mitfühlend sein würden statt skeptisch. Ich werde Mitgefühl nie als schwächer ansehen, aber er hat es ausgenutzt. Ja, äh, damit meinen die Odin in der vorigen Folge, sieht man das alles aus, dass Odin gemacht hat. Muspelheim, als wäre ich gerade hier gewesen. Hat Odin dich angestiftet? Ja, die Begleitung ist dieses Mal aber besser. Oh. Muspelheim. Ja, eine Blume. Das müsste Aschenblatt sein. Okay. Na, da kann ich im Moment nichts schmieden, weil alle Sintri und Brock mich nicht mehr mögen. Das ist natürlich ein bisschen blöd vielleicht, aber ich will trotzdem Muspelheim noch einmal ausprobieren. Ich kenne es hier nicht, ne? Ich will es erst mal jetzt hier. Das sind eigentlich Arenen, oder was? Die Kiste. Aber wo ich hier was aktiviere, sehe ich überhaupt nicht. Also hier gar kein Teil davon. Ich bin eigentlich auch hier, um zu kämpfen und ich, äh... Was mache ich hier? Welche Herausforderung nimmst du? Ich mach das mal. Wer sind sie? Wo sind wir? Oder? Hinter dir! Pass auf! und schnaues... Oh nein! Pass auf! So, das spielen wir noch. Sieh mal, eine Tor. Okay. Daraus war noch 1 und 6. Hm. Was gibt's hier Tolles? Wörtliche Asche. Hat Spaß gemacht. Der Ort ist aber wirklich groß. Ist wohl eine andere Asiengebung. Hier noch irgendwas machen? Ich mache Populationskontrolle. Kling auf the Hill, okay. Ich mache das mal. Dann mal los. Hm. Ich mache das mal. Damit ich keine Knallen. Ich mache die journalen. Geh mal. Achtung! Ich hab dich richtig durchgedreht, was ich machen muss. Achso, die Musik muss ich auch noch hin. Beide muss ich fertig machen, ok. Ich hab ein bisschen Dauer hier im Rücken. Hey. Hey. Alter. 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 Hey. Komm schon. Hey. 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 m die geschlagen Ach, die dürfen ja nicht drinnen stehen. Ja, scheiß drauf. Ich gehe mal woanders hin. Ach so. Ja, das ist ja doof. Das ist ja Muppelpupse. Warte, das Schwärme. Wie beim letzten Mal vor so vielen Wintern. Äh, Ringverlassenprüfung. Gegner holen sich blitzschnell von jeglichen Schaden. Das ist so schlecht. Den Riss speisen. Werfen Sie Kugeln in den Weltenriss, um ihn zu schließen, bevor er... Na, woher das machen? Geht los. Danke. Was du Kugeln bringst? Interessant. Du musst diese Seelenkugeln wohl in die Leere werfen. Holger! Hinter dir! Vorsicht! Einer noch! Ja, toll. Einer noch! Einer noch! Helm! Ach. Er fällt! Na komm, leg mich! Einer noch! Ich habe doch gerade noch einen in der Hand gehabt! Alter! Junge! Ich habe doch gerade noch einen in der Hand gehabt! Das ist gerade so, Alter! Nein, gut! Einer? Alles gut! 15! Oh, oh! Das ist gar nicht gut, Alter! Wir brauchen ja ganz schönes Damage hier, Alter! Okay, nichts getroffen. Ist ja auch gut. Danke! Boah! Oh! Weiter! Teile, Bruder! Teile! Long time! Ich habe ein Niemals. Na, komm schon. Abgeschlossen, äh? Dach abgeschlossen? Oh, nice. Zwei von sechs, ja. Ja, nice. Armbrüstung, Armschienen der Scheiterhaufen, ok. Was ist das? Ok. Ok. Na denn, du hast das andere Ding. Regen verlassen früher, Gegner holen sich schnell, wenn ihr den Schaden. Ich probiere das mal. Und los geht's! Räucher! Jetzt für den Pfeil! Echte Seite, Bruder! Was war hier eben? Ach, hier ist hier irgendwie rein... Ach, da rein stoßen, oder was? Ach, da rein stoßen, ich will. Ach so, ich habe das andere Ding ja, warte mal, ich kann ja... Moment, ich kann die ja rein stoßen, wenn ich mich so einen Scheiß machen würde gerade. So. So. So kann ich die Tür wirklich reinschmeißen. Hey. Wie. Und wie sage das der Baby beginnt? Oh, okay, aber sehr gut. Aber da kann ich auch ein Stuch, okay. Okay, da kommen jetzt natürlich mal heftigere Gegner. Hinter dir, Bruder! Bringen Sie die Gegner in die... Äh... Was soll ich da machen? Bringen Sie die Gegner in der Nähe von geeigneten Vorspringen zu Fall. Oh! Wo soll ich das jetzt hinkriegen? Ja! Was? Das ist ein Riespiel. Ja! Das ist ein Riespiel. Ja! 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 Ah! Aha! Vorsicht, links! Hey! Na, auf welche Richtung, wa? Linke Seite, Achtung! So, einen noch. Tadaa, geschafft, alter. Ah nice, ist er schon. Dahin kommt Kiste. Alles schaff ich jetzt hier nicht raus zu machen, hab ich vergessen. Alles schaff ich nicht. Oh. Wollen wir was machen jetzt? Nö, wir haben abgeschlossen. So, wo können wir denn jetzt hingehen? Wo ist denn noch so ein... Da waren wir noch nicht. Was haben wir hier? Waffenmeisterung. Besiegen Sie alle Gegner innerhalb eines Slim Zeitlimits. Nehmen Sie keinen Schaden. Nö. Wollen wir das mal erst machen. Wird bereit! Käufer! Legs! Was? Wo? 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 Ok, das war schonmal falsch. Ja, Feuer ist scheiße. Wollen wir das mal falsch. Äh, falsche Dings hier, falsche Dings. Ok, hier. Wo, 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 wo? Wo sind die alle? Wo ist die? Da. Rechte Seite! Was? Fahrtyp. Feuer! Links! Er ist in Flammen, aber das wirst du wahrscheinlich Er explodiert gleich Oh ja doch Ja wo sind die anderen jetzt, Leute? Moment mal, das ist ein komischer Macher Kannst du immer verkennen, Junge Haha, der trifft noch weniger, ey Tschüss Tschüss Großschutz haben wir auch noch gekriegt hier Ja, kriegen wir richtig Loot hier eigentlich Äh, hätte ich es vorher gewusst, wäre schön gewesen Ähm, aber ich kann ja sowieso nichts verbessern, leider Ja, hab schon alles Das andere probieren wir auch noch mal eben Mit keinen Schaden nehmen, aber ich glaube das schaffe ich nicht Das andere habe ich auch nicht geschafft Wie sei alle schaffe ich jetzt hier nicht Makelos nehmen sie keinen Schaden Wie leiten Zeiten, was? Hol' den der Flight! Skowl da! Ja, das war's Oh, das war's Oh, das war's Hier habe ich jetzt keinen bock drauf die beiden sachen lassen wir jetzt mal Die beiden sachen die ist nicht geschafft und lassen wir so wie sie sind dass Verschöne jetzt keine zeit ist die kiste fällt schon auf ne da muss wahrscheinlich alle herausforderung schaffen hier Eine doppelte hausung habe ich ja geschafft mehr ist hier nicht Ja oben ist ein boss fight oder so irgendwo glaube ich na Ja Alles schaffe ich habe ich nicht geschafft Leider es gibt es hier noch zusammen im moment Ich habe jetzt ein 20 prozent geschafft ist ja noch gar nichts ist der erst der erste schritt Nonnen tun ja der schmelz hier 50 von 4 von 15 okay Wissen und ins raben sind hier zwei In der tun Ja das habe ich noch ein bisschen was tun aber ich weiß nicht die ganze sachen sind hier Muspelheim Leider kann ich nichts upgraden hier das ist ein bisschen doof Ganz gut hier was weggeholt hier aber Kann nichts weiter machen Ja aber das ist muss bei ein heim ich wollte es einfach mal zeigen und das habe ich damit gemacht So getan Und jetzt machen wir dann mit der haupt story weiter würde ich sagen kann ja schon mal hingehen Ich kann natürlich noch mal irgendwas gucken Moment Das ist es nicht wo ich will Niffelheim auch nicht Niffelheim auch nicht Das ist hellheim? Ne hell war natürlich nicht Wernerheim war ja auch schon Ich kann jetzt natürlich die ganzen Hirsche mal eben holen Hohle ich die Hirsche Also leuchtet das so Ach ich habe sie mal markiert Ich muss doch mal kurz einmal hin Tut mir leid ich nehme ich noch mal kurz mit auf Ich will die Hirsche noch mal eben abgeben hier Ich habe mir letztes Mal schon abgenervt das nicht funktioniert Es gibt bestimmt noch mehr gefährliche Bestien mitwirten So warte Ah Klingt gut So wie sie sehen ist alles zu hell So ich muss kurz zum Brunnen den ersten Hirsch da weg holen Wie gesagt ich hatte beim Eichhündchen vergessen die Questrid hier anzunehmen und vergessen das Futter mitzunehmen Das ist mal jetzt mal fertig So die Hirsche ist wie folgt Folgendes Hirsche das Das Futter holen mit Ratatisk sprechen Das ist die Quest die ich jetzt mal kurz mache Dazu muss ich zu den Wie gesagt Hirschen gehen Da ist einer Da ist einer Und da ist einer Und da ist einer Da sind überall Tore Du musst eigentlich normalerweise einfach von der Hand gehen Hab ich alles erkundet hier in der Heim Ich konnte nur die blöden Hirsche mitnehmen Das war ein bisschen doof für mich zu sein Aber gut Warum In eurem letzten Kampf konntest du ihn nicht schlagen Ist es wenn wir ihn wiedersehen Frühling Wiedergeburt Ein Neuerhof Och ich hab den Duft dieser Blumen vermisst Tut mir leid Kleiner Komm einfach endlich zurück Ganz genau Wir haben mehr Futter zu Hause Komm schon Ich muss sagen Es gefällt mir dass wir den Hirschen nach Hause helfen Ich hatte schon befürchtet wir müssten sie töten Was Töten Das ist der eine Hirsch Den ersten den ich gerade befreit habe Äh Dain Wird ja Stoppen selber durchlesen Hm Ja So jetzt machen wir den Tor zurück Dann gucken wir zum nächsten Hirsch Wollen wir da Was wir da am besten machen Ein bisschen zu dem Tor da oben Okay Das mache ich jetzt mal eben fertig Das hat mich letztes Mal schon so aufgeregt Das war eigentlich mehr oder weniger der erste Hirsch Er sieht hungrig aus Jetzt komm schon Geh einfach mit mir zurück Mir ist egal wie hungrig du bist Die Hälfte hätten wir Muskelberg Ich kann dich nicht leiden Das höre ich oft Zwei geschafft Die Hälfte hätten wir Super So Durafor Oder wie das heißt Das ist einmal der andere Hirsch Den ich gerade gerettet habe Oder Gerettet Oder wieder zurück geholt Wie man will So Dann gehen wir mal da hin 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 Hä 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 Woher der Triozern So wo ist jetzt der Hirsch nochmal Da Äh Hab ich gesehen der ist so getarnt Also geht es aber wie gesagt nur weil ich schon alles aufgeklärt habe hier in Benaheim Nur ein Hirsch übrig Danke für die Rettung der Welten und so Ich hätte es ja selber gemacht und mit mehr Stil aber danke Gern geschehen wollte er sagen Die Nöre Das ist der Hirsch wo nix steht Nö Da stand nix Ja auch gut Ähm So der letzte Hirsch Wo ist der denn jetzt Da unten Das heißt ich geh zu dem Tor oder was Aber ich glaube schon Ich bin überrascht Man könnte meinen ein Hirsch würde aus Angst vor dir weglaufen Du strahlst ja nicht gerade Ruhe aus Ich bin im Ha Ha Guter Witz So ladenzeit So muss ich kurz markieren dass ich nicht da vorbei renne Wo war der denn Verdammt ich hab's vergessen wo der war Hm Ihr müsst euch doch mal eben suchen hä Richtigem Weg hoffe ich Wo war der verdammt Irgendwo da draußen gibt es ein Rätsel das dir gefällt Und ich werde es finden Lass es Einmal gesprochen sofort gebrochen Was bin ich? Ruhe Richtig Hey Ich meinte damit nicht das Rätsel Verdammt das ist jetzt ein bisschen dauernd vielleicht Weil ich weiß nicht mehr genau wo der ist Hab ich vergessen Hier ist er schon mal nicht Verdammt kann nicht so schwer sein Aber anscheinend wohl doch Äh warum war der denn jetzt nochmal verdammt Ich wusste ein Hirsch würde nicht funktionieren so wie ich ihn Polen hätte gerne wollen tun Da war der unten Oben Hier oben ist er auf jeden Fall nicht Oder ich bin einfach wieder vorbei gerannt Kann natürlich auch sein Vielleicht ist er wieder im Tarnmodus Der ist aber auch irgendwo ein bisschen erhöht ne Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht Das ist einfach das Gebiet hier Oh Sie ist verletzt Wir können es best Komm Du 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 Wird das Blut zu ihrem Versteck? Ja Wir folgen dem Blut Okay, dann deck ich die auch nochmal legen, wa? Ich muss erst mal den blöden Hirsch finden Ey da muss das hier irgendwo sein Hier ist das Blut Mhm Ich will ja nur den Hirsch finden. Na, bringt das eben nicht mehr hin. Ah, da wusste der blude Hirsch. Noch mehr Spuren. Mal sehen, wohin das führt. Verdamm' ich. Ich finde den Hirsch nicht, ich krieg die Krise. Markierung bewegen, ja. Ich bin jetzt hier unten, aber der ist irgendwo oben. Wo? Ich hoffe nicht, wo der ist. Na los, lass hören. Du hast gesagt, du hättest ein Lieblingsgedicht aus deiner Heide. Habe ich erst mal die ungezählte Toter oder was anderes? Ein Krieg wegen Liebe. Ich glaube, ich kenne es. Ging es dann nicht um ein merkwürdiges Pferd? Ja, aber so ist es nicht abgelaufen. Oh, eine wahre Geschichte. Und du warst dabei? Ja. Das Gewicht gefällt mir besser. So, die ist hier irgendwo drin. Da ist sie. Die machen wir mal eben kaputt. Mal gucken, ob das was in sie wird. Mal gucken. Das ist ja der Schuss. Es ist ja der Schuss. Das ist ja der Schuss. In der Schuss, dann ist sie da drin. Und das ist ja der Schuss. Ja, ich bin's. Die sind ja der Schuss. Das ist ja der Schuss. Die sind nicht nur die Schuss, denn da sind nicht nur die Schuss. auch hier haben wir die Zunge weggemacht. Auftrag abgeschlossen. Pirsche 3 von 3, okay. So, ist hier noch irgendwas? Ne, ne? Die ungezähmte Wut, das haben wir jetzt erstmal erledigt. Die kam einfach so in der Map hier. Einfach so random. Ja, die kommt immer wieder. Das ist so ein Jäger, der unsere Jagd hat. Ging irgendwo ein bisschen für sie jetzt in die Hose. Jetzt fehlt aber immer noch diese blöde Hirsch. Das fehlt immer noch dieser blöde Hirsch. Warte mal. Ich muss auf jeden Fall da rüber. Ja, und dann? Weiß ich nicht. Ich mach mal Tag-Nacht gleich immer einladen hier. Atreus. Mir geht's gut, Vater. Wenn du wieder krank wirst. Ich hab eine Fliege verschlüsselt. Wenn ich den Hirsch jetzt nicht finde, bin ich sauer. Aber dann ist es halt so. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, eigentlich. Muss ich da hochfahren? Ich fahr... Ja, ich muss das ganze Gebiet hier. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich hab das einfach vergessen. Das ist so übel nervig. Oh, man. Kann der hier sein? Ja, das ist echt mies gerade vom Spiel. Dass ich nicht einen anstiegenden Weg finde, habe. Also hier müsste ich komplett nah auf der falschen Seite sein. Ja, ich entferne mich. Ja, das ist falsch. Und woanders geht's hier sowieso nicht hin von hier. Aber ich seh ihn auch nicht von hier, ne? Das ist das Problem. Dann bin ich einfach mal vorbeigelaufen. Ach, Mann, ey. Das ist doch wieder Mist, ey. Ich muss mich nicht gleich aufhören hier mit der Aufnahme hier. Das ist ein bisschen blöd gerade. Ich muss selber nochmal ein Video aufnehmen. Äh, was ist das Video aufnehmen? Video gucken, was vor der Blöhrsch ist. Das ist das Video aufnehmen, was vor der Blöhrsch ist. Ich muss jetzt direkt davor stehen. Guck mal. Ich steh direkt davor. Da geht's aber noch so weiter. Ja, Mann, du. Ja, Mann, du. Ach, nee, du. Ach, nee, du. Nee, du. Da ist der Zirsch. Oh, geschafft. Oh, wir sehen. Oh, doch, geschafft. Ja, geil. Das waren dann alle. Meinen Glückwunsch. Du hast die neuen Welten vor dem Tod durch Überwucherung gerettet. Und du hast mir auf den Arsch gerettet, obwohl es wirklich Bitterkeitsschuld war. Das war nicht der Plan. Nice. Ich nehme, was ich kriege. Das ist der andere Hirsch hier, der letzte. Und noch ein Trophäe erhalten. Das war schon mal nett. So, ich hab's einfach nicht gesehen, dass ich rüber springen kann, ne? Ja, Ratatürsker, da gehen wir jetzt mal hin und dann machen wir das hier zu Ende. Super, noch ein paar Sachen erledigt. Freut mich. Sehr nice. So soll's sein. So, guck mal langsam voran. Ja, vorher hinlatschen können, hab ich auch nicht gesehen. So, jetzt mal kurz zu Ratatürsker. Törsker. Kedröde. Request abschließen und dann... Ja, super. Bin ich zufrieden mit. Nice. Und schnell. So, dann können wir uns mal vorlabern lassen. Mal gucken, was wir kriegen. Hey, wie viel Lindgröder hast du mir in letzter Zeit gebracht? Oh, oh. Keine. Meister Kratos. Deine Hörscher sind zurück. Besser spät als nie. Unglaublich. Die neuen Welten schweben nicht mehr in gärtnerischer Gefahr. Ich kann dir nicht genug danken, aber vielleicht reicht das hier aus. Arroganz glaubt, er ist der Strafe entwischt, weil ihr seinen Fehler behoben habt. Da irrt er sich aber gewaltig. Er steckt in großen Schwierigkeiten. Oh, ein Rundschild getränkt mit der Strafe des Narzissimus geht. Also, irgendwelche Fragen, bevor ihr weiterreist? Nö. Aber ich hab was gekriegt. Das ist schon mal sehr schön. Ich freu mich. So, Waffen, Schild, Schildzusatz. Machen wir mal rein. Ist mir nicht Level 7. Aber man Abwehr ist viel zu hoch, man steckt ist viel zu gering, wie man sieht. Ist ein bisschen heftig, ich weiß. Aber ich bin jetzt Level 7. Hier muss ich auch nochmal irgendwann umsortieren hier. Ach, das ist noch alles ein bisschen zu weit weg mit den Sachen finden. Aber ich komme so gut zurecht mit dem Charakter, wie er jetzt aktuell ausgerüstet ist. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei God of War Ragnarok. Tschüss. Bis zum nächsten Mal hier bei God of War Ragnarok.